Das ist mein Rhodisien-Ritschbeck-Grüde Lio und ich bin Arielle und ich nenne dir zwei Gründe, warum wir bei Playdates immer erst die ersten fünf bis zehn Minuten an der kurzen Leine nebeneinander herlaufen. Erstens, dass die Muskulatur und die Sehnen und Bänder meines Hundes warm werden, gerade zum Beispiel nach einer langen Autofahrt. Und zweitens, dass mein Hund keine hohe Erwartungshaltung entwickelt und Hund nicht bedeutet, dass direkt gespielt wird. Wie macht ihr das?